Offensichtlich Hackenschrank Bleistift A-Klammer Sonst ist hier nix mehr Okay Guck mal hier rein Hier haben wir noch Munition Und Noch mal so ne Waffe Dich hol ich mir später Meister Um das zu entsperren Das heißt wir müssen hier wahrscheinlich auch Sachen knacken und sowas Okay Kommode auch nix drin Kommode nix drin Ups Können wir wieder was trinken theoretisch Warte mal Füllt es irgendwas auf Ich hab grad nicht geguckt auf die TP die da stehen Die Spiegel hätten wir auch nicht suchen können vorhin glaube ich Okay können wir die Tür wieder zumachen Jetzt nur ich sagen wir gehen mal hier durch Benötigt Terminal Okay Terminal wird das hier hoffentlich sein Jep Nur für Aufseher Anweisung für Aufseher Kyrolator Würde mich mal interessieren Kyrolator Für den Kälteschlaf Langzeitwirkung des Scheintods Unter keinen Umständen darf der Schlafzimmer schon gebrochen werden Ihre Mitarbeiter werden als entbehrlich angesehen Ungenützte Kyrokammern Wenn bevorzugt zur Entsorgung sterbliche Überreste verwendet Ja So muss man das machen Von einem Wohnen Na ja irgendwann haben wir das Ganze überlebt würde ich sagen Ich werde das mal überspringen so ein bisschen Wenn ich damit jetzt niemanden langweilen will Wer ich durchlesen will kann ich es durchlesen Hups Ich drücke mal Escape aus Versehen Eine Warnungsnachricht Okay hups schon wieder Aufseher Logbuch ist vielleicht auch ganz interessant Vorbereitung Transaktionssystem Defekt Vorrede werden knapp Meuterei Das zeigt an wo was hier passiert ist Unterbildner Hund im Hintergrund Das Gefühl Okay hier noch ganz optimistisch Transaktionssystem Was ist passiert Das war der Tag an dem wir in der Munker geholt wurden Der 23. Oktober Alle waren da sogar die Familie die bis die letzten Minute gewartet hat Die müssen von allem zu bewältigt gewesen werden um die Chirokammern infrage zu stellen Naja Natürlich Systemdefekt Herzrasen Herzrasen Wir haben beinahe zu spät wie man das die Kapsel einen Fehlfunktion hatte Ein Fehler im Vortex externe Überbrückungssystem Fehlgeleitetes Signal Okay Wir müssen wachsam sein Ja Fehleranfälligkeit offensichtlich Vorräte werden knapp Und eine 80-jährige Schutzzeit Wartet zu dem Zeitpunkt Fast vorbei Radioaktive Strahlung Radioaktive Strahlung Ich weiß nicht was ich tun soll Ich kann den Volt nicht öffnen Unsere Vorräte reichen nicht ewig Sie warten auf die Entwarnung Die kommen soll nach 180 Tagen eigentlich Meuterei Leute wollten den Volt verlassen Ich werde nicht die Tür öffnen um da draußen verstrahlt zu werden Die Mitarbeiter wurden eingesperrt Vorräte gesammelt Prioritäten werden gesetzt Ah ja Wer viel von den vor Wer viel von den wenigen Vorräten erhält Ich war mit den Rationen dummerweise viel zu großzügig Okay Ist offensichtlich lange gehört über Kürungstunnel öffnen Bitte wahnsinnig Anlaufzeichen Okay wir müssen das Ding jetzt Äh hups geöffnet haben Jep Und da sind noch mehr von den Viechern Ich würd sagen mal wir Halt den Mausverkrankten Blöpfe zu zielen Oh Das ist mal so ein Katsching-Gereich Ups Man sieht mein Aim-Bot Reload ist damit Okay Die Munition wäre unge- Ups Hä ich hätte nicht getroffen? Hallo Ah Ah Kleinere gibt's auch Ist ja süß Die sind aber schwerer zu treffen Wie kann ich hier irgendwie draufhauen? Ich weiß es nicht Ich hör noch mehr von den Viechern oder? Ich hör noch das rumgekrabble Oh mein Gott wie kann ich Waffen wechseln? Ich hab schon aus Ich würd gern auf die Faust wechseln mal wieder Aber ich ruhig nicht wie das geht Naja Naja müssen wir mal gucken Das Fleisch sollte ich hier mitnehmen auf jeden Fall Keine Ahnung was uns das bringt Aber irgendwas wird's ja bringen Okay Das wie hier noch Ja Ja nachladen mit R Hab ich auch schon ausgefunden Okay wir müssen hier nen Weg raus finden Und vorher werden wir wahrscheinlich noch Um zu schleichen Wenn du dich verbirgst Möchtest du mehr schön und Bei dir Licht setze nackere Attacken ein Bewege dich mit Hilfe von Caps Lock langsam Nicht entdeckt zu werden Nahrkampf Attacken Ja wie? Wie wechsel ich auf Nahrkampf? Ich weiß es nicht Kann ich den Typen looten während das Vieche ist? Ne ne Oh Okay es macht weiter Wir sind immer noch Wir sind immer noch Halbnackt Lebt denn überhaupt noch wer? Hat es jemand nach draußen geschafft? Vorsicht steht da Hat es uns entdeckt? Hä ist es behindert? Okay Ich weiß nicht Sollten wir jetzt da hinten auch noch hingehen? Das Viech guckt sich jetzt hier auf jeden Fall schön um So Schiebe Tür zu Ähm So Äh Hier haben wir Werkzeugkasten Schraubenzieher Könnte hilfreich sein Schraubenschlüssel Alles plündern Sehr gut Da vorne ist nichts Hier kommen wir wieder Warte mal Hä sind wir nicht hergekommen? Ja klar wir sind nicht hergekommen Wir müssen da hin Natürlich Hier sind wir ja reingekommen Hier ist ja die Station wo uns das alles Instruiert wurde Ja ähm Ja ich hab immer noch keine Ahnung wie ich hier Ja Munition ist eigentlich wertvoll Scheiße Okay Oh Gott Ja Alle tot Äh Äh Ich sehs nicht Wo ist es? Äh ich sehs nicht Scheiß wie Okay Ich muss mich auf jeden Fall noch informieren Wie ich Hier auf Nahkampf wechsle wieder Wahrscheinlich irgendwas richtig Simples Oh ich hab Wollte eigentlich gar nicht E drücken Ah jetzt kriegen wir auch dieses Teil Was auch immer das sein mag Ähm schneidet sich einfach mal um Obwohl er gar nicht weiss was es eigentlich ist wahrscheinlich Oder doch Ah es ist schon richtig staubig Okay Pippo erst Pippo erst Mit Maus eins wechseln weiter Okay Stats Special Okay können wir das unsere Blickspunkte sehen Wir sind Level eins Skills haben wir gar keine Status sieht so aus Okay TP 95 von 100 Inventar Zehn Millimeter Pistole Zwei Stück sogar davon Hier steht auch Die Werte Die ganzen Stats von der Waffe Daten Zeitreisen für Anfänger Verlasse Walls 111 ist unsere Mission Eine Karte Radio Ich weiss nicht Keine Ahnung Ahja hier sehen wir noch Daten Aufgaben Werkstätten Statistiken Gesammelter Schrott 17 Sehr interessant Kleidung Gewicht Wert 7 Wir haben jetzt die Brille aufgesetzt Den Voltanzug mal angezogen nach 100 Jahren Und einen Ehering tragen wir jetzt auch Hilfsmittel Red Kakerlakenfleisch TP 15 Haarklammern Schrott Mods Munition 76 Schuss haben wir noch Die Karte sagt uns auch nichts mehr Ach ich kann ja Auto markieren Markierung entfernen Ok Auch gut zu wissen Skilltabelle Aha Aha Hier können wir halt diese Sache noch ausbilden Glöck 6 von 10 Es geht bis zu 10 hoch Alt Nächsterer Erfordert Level 40 Schauer 1 Ausdauer 1 Hm Schließen wir erstmal Und dann würde ich mal sagen Wir gehen mal hier raus Automatische speichern Und wir aktivieren das jetzt mal hier Um zu gucken Ob wir denn hier nach oben kommen Beziehungsweise Wie es da oben aussieht Verlassen Board L111 Mit dem Skelett Ok Ok wie sieht es da oben aus Wir wissen es nicht Wir wissen glaube ich nicht mal welches Jahr wir haben Total schutzlos und nackt laufen wir in die Welt hinein Ah Licht Auf Scheinwerfer Ok Ja raus bitte Jetzt müsste dieses Teil kommen oder? Ah da ist es Hier Tropf Wasser von der Decke Ist alles schon Eingerostet und alt Ah Möchte etwas ändern Aussehen verändern Fertig Verlassen den Volt Name Special Attribute ändern Jetzt könnte man es jetzt nochmal Machen Aber ich habe mir das schon Ganz gut überlegt eigentlich Aussehen verändern auch nicht mehr Fertig verlasse den Volt Viel Spaß bei Ihrer Rückkehr zur Oberfläche Und Danke dass Sie sich für Volt Tag entschieden haben Danke dass Sie sich für Volt Tag entschieden haben Da sehen wir sein Auto nochmal Unten links ein paar Informationen Während des Während des Lach des Screens Und die Waffen können gehen da vollständig auflösen Oh oder schmelzen Gut zu wissen Ok mal gucken Ht wird dann Zeit Das ist Quann Haben Vielen Dank.